hallo und herzlich willkommen hier ist heute heute hier die Karte auf Rübenmarsch ja es geht weiter mit Rübenmarsch und zwar einstellen also erst mal auf Rüben dann abladen der Modus ist verkehrt Drescher abladen also abladen normalerweise zuckerherrig wir laden Rüben Kompos das muss das sein und verziehen da fahren wir jetzt mit weil es kam schon die Meldung dass ein Fahrzeug abgetankt werden kann und sobald das zu sehen dass es klappt nehmen wir den zweiten Abfahrer und stellen das gleiche ein wir laden Rüben Kompos hat mich zu passen weil das ist auch der Punkt wo man abladen muss für Rüben müsste passen normalerweise wenn nicht passt ja dann würde ich halt mal hier mal einstellen ganz kurz und zwar nächstgelegene Pferde passt denn sonst findet er nicht zurück also die raus vom Feld was ich wieder fährt könnte man da nehmen das Problem dauert so lange für das große Verhältnis noch mehr Traktoren haben oder wahrscheinlich die beiden und den Ballen pressen nehmen und schau mal so hier halt so weit und abladen also beladen mir ist so wenn noch was angestanden hätte aber ja gut wir laden Rüben Knoten und Kompos habe ich da nichts mit abladen ich glaube das ist der Punkt gleich rüber entlassen ja beim mähen und tausend ein bisschen deswegen das lasse ich jetzt abschließen so gehen wir rüber hier ja das wurde erst da umstellen sicherlich so jetzt ungünstig genau hier an dem Punkt ist er nicht abladen abladen was ich mal machen muss ist sortieren hier würde man selber sortieren weil das ist leider etwas ungünstig ne wenn er hier vorne genau an dem Punkt steht ne nicht schön nicht schön nicht schön jetzt habe ich so einen flachen genommen das bisschen besser extrem hoch ist bisschen ungünstig wo man guckt von der höhe her könnte auch passen ne fast voll ist voll ist voll gleich mal bei der ersten wunderschönen Folge hier einstellen hauptseiten machen jetzt keine karambolage jetzt haben wir uns ungünstig und richtig hochwert aber mit autodrive ist das nicht ganz so dramatisch ich fahr jetzt mal mit um das zu sehen ob es auch wirklich klappt mal schauen wie gesagt das ist hier ganz schön brenzlig ja wir haben glück hat funktioniert aber er kommt nicht rum hier so ob man das klappt warum kommst du nicht rum was hast du für ein problem so entlassen ach diese mod hat es ja auch noch hier da mal ganz kurz auf allrad gehen und wie man ganz kurz mit einer spur schicken und einsteller weil wir dazu sagen dass durch den mod die große menge aufnimmt und dadurch vom gewicht hier etwas unrealistisch ist braucht man das geht gut so unser fahrer der ist da dass der andere also wie er sie hat richtig ablehnt das wollte wir prüfen und dann geht gleich rüber zum ja die schwatter übrigens vom gras vom gras schwatten ne 4.50 ja ich wünsche allen einen schönen freitag ne und für morgen einen guten start ins wochenende offenbar dass nächste woche besser ist ne hat der arbeitsreiche woche ja es ist verrückt der kollege meldet sich in urlaub was ja nicht schlimm ist aber dann gerade fangen sie an zu beliefern das ist äh jetzt fehlt nur eins aber jeder maschine natürlich läuft das befürchte ich befürchte ich etwas ja die rüber brauchen das ist fast leer ich möchte mal schauen ob der richtigen punkt fährt zum abladen so und dann geht das schon ja das passt ok das scheint auch zu funktionieren und dann werden wir mal hier den schwatter nehmen einer ist da am Hof Dünger versuchen ja auch Kompost und Mist äh das könnte man herbringen aber gut so so auf zu Feld 50 jo ich hätte Feld 50 fast vergessen mit äh äh dass da Gras ist ist leider so dann habe ich noch ein bisschen äh Arbeit mit Sammeln von Ballen und Entschuldigung und hoffen die anderen beiden die Rüben Erntner kommen klar mit einander was einen laden werden muss äh ist glaube ich nicht tragisch wenn der andere sich im Prinzip da ist wo können wir halt ne abfahren wenn der erste hin gefunden hat zum Zockerfabrik abladepunkt da wird er jetzt weiter sicherlich auch hinfinden es kommt sicherlich ab und zu mal vor dass da ab und zu mal was nicht klappt dann äh muss ich eingreifen ja meine Pappel wollen auch nicht recht wachsen wer weiß wer da los ist aber an die Stellen wo trocken ist da ist gewachsen ja gut nächstes Jahr ne okay Papierfabrik äh auch hier packte zurück da dafür ist gedacht da muss man sehen hin bekomme im laufe des nächsten Jahres also ne jetzt haben wir Winter obwohl das kann man auch im Herbst im Winter ernten ne so blocking blocking das lädt gar nicht gerne ja da hängen die gerade über dem Baum fest und wir haben können wir nicht gleich ja heute den tag der Höhe wird gereicht mit der Autopanne aufnahmetag ja da sind die neuen Fehlern gebrochen die neuen Fehler die ich vor eineinhalb Jahren neu machen musste weil die aufgebrochen waren oder war das nicht ganz so dramatisch da konnte ich noch fahren aber jetzt in dem Augenblick war es ganz vorbei mal schauen ob das geklappt habe ich eine Garantie das Material zumindest ersetzt wird also das da nicht normal bezahlen muss aber mal schauen bin da optimistisch hoffe ich jedenfalls nur die Fehler an sich die teuer sind die Arbeitsstunden dabei der Aufwand ist enorm ja das ist immer noch entladen ne gut oder nicht gut hier stellen wir es mal rechts ab die Main noch und wir gehen um rüber auf den Kollegen und wie wir sehen hat er sich irgendwo festgefahren ah die Feld 7 glaube das passt ja das Feld ist ziemlich klein für autoreif das ist schwierig kommen wir da durch bumm ein Baum ja die erste Runde bleibt jetzt am schwersten ne nächstes Mal ab dem Wasser gehen hoffe ich jedenfalls da der kam mir zuvor macht aber nichts aber der kam gleich hin ne okay zu warte da scheine den Abstand zu er kennt den rüber ja das heißt ich muss hier wirklich daran das haben wir noch eingestellt und hier wird es zurück werden muss ich ein bisschen einstellen, hext das gut das ist auch nicht gut ja alles noch nur erste runde prinzip weil dann er hier kann er geradeaus weiterfahren und stehenbleiben stickstoff schlecht so und einwärts muss durch trainer reifen warum eigentlich sollen sie sich nicht hier ich weiß nicht wohin gehört hier sind zwei enge ja das ist ungünstig also da müsste ich eigentlich in abstand größer bewahren mal gucken der linke dann lasse ich denen mal entgegen kommen dann lasse ich denen mal entgegen kommen ich bin ein bisschen irritiert ja da will ich auch nicht viel, ne so jetzt hier hat er schon den rechten linken geholt naja erst nicht wie gesagt weil er hier einen kurzen dicht zusammen hat ne was da zu konflikten geführt hat das soll es auch schon voll gewesen sein danke fürs reinschauen tschüss tschau 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 tschau